Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu IT Security Monitoring mit EngineSide. Heute mit den Hosts. Hosts sind eigentlich das, was man so im sprichwörtlichen Sinn immer als die Server bezeichnet, aber bei EngineSide bedeutet das eben ein Gerät, das man überwachen möchte. Und es heißt nicht wirklich, dass man jetzt das Ganze nur auf einen Server limitieren muss, sondern man kann das auch wunderbar auf dem Raspberry Pi machen, man kann das wunderbar auf einem normalen Server machen, wo man quasi Software laufen lässt oder auch bei sich zu Hause auf dem normalen System. Und ja, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ey, wir haben doch letztes Mal schon was gemacht. Wir wissen doch jetzt, wie wir unsere ganzen Assets finden und überwachen. Das ist nur so halbrichtig, denn wir haben uns letztes Mal in der Discovery angeguckt, was wir eigentlich alles in unserem Netzwerk an Geräten haben. Das bedeutet zum Beispiel mein Handy, mein Tablet, meine Windows-Maschine, meine virtuelle Maschine, meine virtuellen Maschinen und so weiter und so fort wurden dann natürlich einmal kurz durchgescannt und wir haben einen Port-Scan gemacht und geguckt, wie wir die eigentlich überhaupt erreichen können. Das ist jetzt bei den Hosts ein bisschen anders. Bei Hosts, da reden wir wirklich von Maschinen, wo ein spezieller Client, ein Service im Hintergrund installiert wurde, der direkt mit EngineSide kommuniziert und wirklich dort auch Administrator-Rechte hat. Das heißt, da wird dann direkt überwacht, okay, was für Software ist installiert, was für Schwachstellen hat diese Software und wie sieht das eigentlich in unserem ganzen Dashboard aus. Und hier kann man dann wirklich alles verwalten. Was, ihr kennt das vielleicht, Software kann wirklich sehr, sehr umfangreich werden. So, wir nehmen dazu jetzt einfach mal diese wirklich neu installierte, abgesehen von dem, was wir letztes Mal gemacht haben, neu installierte Ubuntu-Virtuelle Maschine und installieren hierauf mal unseren Server-Host. Kurz zum Unterschied zwischen Server-Host und Client-Host. Hierbei handelt es sich nur um eine lizenztechnische Frage. Das heißt, was ihr euch bei EngineSide quasi gekauft habt. In der fast gratis-Version, die 10 Euro im Jahr kostet, da ist eben nicht alles drin. Also, ihr könnt nicht unendlich viele Server-Hosts und Client-Hosts erstellen, sondern es kommt eben immer auf das drauf an, was ihr euch da geholt habt. So, wir gehen jetzt hier, und deswegen auch übrigens die Kooperation, wir gehen hier mal auf die Server-Host-Erstellen-Funktion. Und wir wollen hier auswählen, was für ein System wir haben. Wir können Windows-Server verwenden und wir können Ubuntu verwenden. Wir nutzen natürlich hier Ubuntu, beziehungsweise OpenSUSE und CentOS und Debian sind auch dabei. Das sind so die gängigsten. Und das hier sollen wir jetzt als Administrator ausführen, weswegen wir hier mal nochmal in unsere virtuelle Maschine wechseln, hier ein Terminal öffnen und hier dann einmal kurz auf Admin-Rechte wechseln. So, jetzt muss ich mir kurz überlegen, was ich hier für ein Passwort hatte. Ich glaube, es war QWERTY, genau. Perfekt, und jetzt kann ich hier einfach tatsächlich meinen Code einfügen und den ausführen. Und damit haben wir auch schon unsere Lizenzbedingungen, die wir natürlich akzeptieren müssen. Ihr könnt die auch gerne mal durchlesen. Das sollte sowieso Standard sein, aber habe ich natürlich schon gemacht, sonst würde das Video jetzt hier ein wenig dauern. So, und im Hintergrund werden jetzt die Binarys runtergeladen, es wird die Integrität überprüft und es wird alles registriert und ausgeführt. Und damit ist das Ganze schon fertig. Also wirklich super einfach. Wenn wir jetzt hier wieder zurück wechseln auf unsere Webseite, dann sehen wir, Host wurde hinzugefügt, hervorragend. Und jetzt können wir hier auswählen, wer der technische Verantwortliche ist. In meinem Fall bin das natürlich ich. Das heißt, Cedric Mössner mit CK geschrieben. Naja, egal. Und hier natürlich auch nochmal Cedric Mössner. Mich schreibt man übrigens hinten nicht mit CK. Und ja, das ist im Endeffekt schon alles, was wir machen müssen. So, jetzt könnt ihr euch natürlich auch aussuchen, ob ihr auch gleichzeitig noch benutzerdefinierte Plugins erlauben wollt. In unserem Fall wären das definitiv erlaubte Plugins, weil wir das später auch noch machen wollen. Ich will euch das auch noch vielleicht ein bisschen zeigen. Und Netzwerk mit Schnitt, damit wir eben auch sowas wie Man-in-the-Mittel-Angriffe detektieren können. Das ist eigentlich hier auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wenn euch das zu viel Netzwerk-Traffic-Striptease ist, dann könnt ihr natürlich hier auch hergehen und Enginesite bei euch on-premise installieren. Das heißt, ihr müsst es nicht bei Enginesite gehostet übernehmen, sondern könnt das auch selbst machen. So, wir gehen hier mal auf Speichern und haben damit alle Einstellungen schon fertig. Jetzt lädt unsere Übersicht und wir sehen alle Informationen, die wir haben. Und das sind einen ganzen, ganzen Haufen an Informationen. Hier können wir uns erstmal eine Übersicht verschaffen. Das heißt, Sicherheitslücken haben wir in A+. Wir haben keine einzige Sicherheitslücke, aber dafür haben wir in Konfiguration ein F bekommen. Und wenn wir hier nochmal kurz zurückgehen auf unsere Hosts, dann sehen wir, dass dieses F nicht wirklich bei, oder dieses A+, nicht wirklich bei allen gegeben ist. Und deswegen übrigens auch die Kooperation, weil ich hier jetzt Zugriff habe, eben auf einen angreifbaren Windows-Server mit 627 Schwachstellen. Ich habe Zugriff auf ein angreifbares Debian mit 474 Schwachstellen. Und das ist tatsächlich auch so gewollt. Also das hier ist extra die Showcase-GmbH. Die Servers sind durchaus echt, aber sie haben halt absichtlich einige Schwachstellen. Und man kann das natürlich auch überprüfen. Hier sehen wir auch relativ schnell, welche Rechte wir hier haben. Das heißt, wir dürfen hier Plugins ausführen. Wir dürfen System-Events nicht, oder wir haben keine System-Events. Netzwerk-Anomalien können wir aber auch mitschneiden. So, wir wechseln hier nochmal ganz kurz auf unsere virtuelle Maschine, die wir hier gerade installiert haben. Wir sehen, ich habe dem Ding 4 GB RAM zugewiesen. Das ist okay. Wir haben 4 CPU-Kerne, was bei meinen 32 nicht gerade so viel ist. Wir haben ein bisschen Swap auch eingerechnet und alles drum und dran. So, wir sehen keine Netzwerk-Anomalien, was in meinem lokalen Netzwerk auch gut so ist. Wir haben hier aber auch Updates nicht durchgeführt. Und das habe ich absichtlich gemacht, damit ihr hier seht, wie das eigentlich aussieht. Wir haben noch nie Updates durchgeführt auf dieser virtuellen Maschine. Und das ist auch von mir jetzt gerade so gewollt, aber sollte natürlich in einem Produktivsystem niemals der Fall sein. So, wir sehen hier trotzdem noch gleichzeitig 3 Partitionen, die wir hier haben. Und zwar sehen wir einmal die EXT4, das ist meine normale Root-Festplatte auf meinem Ubuntu-System. Wir haben hier eine Boot-Efi-Festplatte. Das ist im Endeffekt der Bereich, wo ich booten kann, also meine Boot-Partition. Und wir haben unser Media Morpheus, haben wir gleichzeitig noch die ISO eingehängt mit den Guest-Editions. Das heißt, ihr seht auch, welche CDs eingelegt sind sozusagen. Ihr seht quasi alle Partitionen eurer Festplatte und wie stark hier Lese- und Schreibgeschwindigkeit ausgenutzt werden. Das heißt, ihr seht auch, wenn im Hintergrund zum Beispiel sehr, sehr viele Leute zum Beispiel SQL-Anfragen schicken oder zum Beispiel einen Denial-of-Service-Angriff via SQL kommt, weil ihr sehr viele anstrengende SQL-Anfragen habt, dann gehen hier die Festplatten Schreib-Anfragen ständig nach oben oder eben auch die Lese-Anfragen, je nachdem, was es für SQL-Statements sind. Wir sehen hier, wie voll unsere Festplatten sind. Das ist auch alles eine angenehme Überwachung. Und wir sehen hier vor allem die Handlungsempfehlungen. Und das sind wahrscheinlich die wichtigsten. Wir sehen hier vor allem die Dringlichkeit. Das heißt, es wird direkt euch gesagt, ey, du solltest in diesem Fall ganz dringend System-Updates machen. Bitte tu das. Du kannst aber hier zum Beispiel auch jetzt mal ganz dringend eine Schwachstelle reparieren oder oder oder. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viel. Jetzt machen wir hier mal Folgendes. Wir gehen mal gleich zu den Updates, wobei wir uns erstmal noch kurz hier das Dashboard fertig angucken wollen, damit wir das auch verstehen. Wir haben hier eine Netzwerkkarte. In meinem Fall ist das natürlich mein lokales Netzwerk, also mein LAN-Anschluss. Und hier sehen wir auch die IP-Adresse im Netzwerk. Wir sehen aber auch die IPv6-Adresse in diesem Netzwerk. Und nein, das ist nicht meine öffentliche Adresse. Das sind nur die lokalen Adressen, die man automatisch zugewiesen bekommt. Und wir sehen hier auch tatsächlich einige Sensoren, die hier angeschlossen sind. So, wir sehen hier aber auch, das ist nur die Übersicht. Wir haben hier gleich auf der linken Seite noch eine gigantische Navigationsleiste, was wir hier noch alles machen können. Und darunter eben auch die Sachen, die wir dringend machen sollten. Die Autostarts können wir verwalten, die Metriken können wir customisen und so weiter und so fort. Hier gerade unter Monitoring, wo wir dabei sind, wir können hier unter Metriken tatsächlich nochmal die ganzen Sachen separat uns angucken. Das heißt, wir sehen hier die CPU-Auslastung, die wirklich sehr, sehr niedrig ist, weil eben nicht wirklich was läuft. Wir sehen RAM-Auslastung, wir sehen Netzwerkauslastung, wir sehen Festplattenauslastung. Alles im Endeffekt nochmal ein bisschen detaillierter, wenn wir das brauchen. Wir können aber auch Custom-Metriken, also eigene Metriken einrichten. Dazu kommen wir vielleicht, wenn es gut läuft, in einem anderen Video noch. Aber dieses Video, das würde den Rahmen sprengen. Ihr könnt euch aber gerne mal noch damit auseinandersetzen. Also ihr könnt da auch tatsächlich hier zum Beispiel Daten aus einer SQL-Datenbank etc. überwachen. Das bedeutet zum Beispiel auch Backups, Lizenzmetriken, eben alles. Ihr müsst es halt nur selber beauftragen, also selber schreiben das Ganze. Und das ist natürlich jetzt hier ein bisschen zu viel. So, Software sehen wir hier, was alles installiert ist. Und ja, wir sehen auch, wo es herkommt, also die Quelle davon. Wir sehen auch, wer der Vertrieb sozusagen ist, offiziell gesehen. Und das ist in dem Fall natürlich Ubuntu, beziehungsweise wir sehen auch hier, wer verantwortlich jeweils dazu ist. Und was für eine Version wir auch immer installiert haben. Und das ist natürlich jetzt erstmal die Grundlage für die ganzen CVE-Checks. Und das heißt, ihr könnt überprüfen lassen, hey, ist die Version von Base Password, Version 3.5.47, ist die vielleicht angreifbar? Hat die einen CVE-Eintrag? Wenn es irgendwann mal eine Schwachstelle gibt, die gefunden wird, dann erscheint das hier auch direkt. So, wir können hier natürlich auch die Autostarts uns angucken. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel, hey, hier haben wir Gnome-Settings, Daimons Soundplugin, wir haben den Demo-Agent, wir haben hier die Gnome-Settings für mein Keyboard und so weiter und so fort. Also im Endeffekt alle eure Autostarts könnt ihr hier verwalten. Und wir sehen hier auch die Dienste. Dienste sind ein kleines bisschen was anderes. Und man geht hier davon aus, dass die ganzen Dienste relevant sind. Das heißt, wenn ein Dienst nicht mehr läuft, bekommt ihr hier direkt die Anzeige, hey, ein Dienst ist ausgefallen. Das kann man reparieren. Und dann können wir hier zum Beispiel eben Start machen oder eben Restart oder eben auch Stopp. Systemrelevant kann man aber auch ausstellen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, der Thurman Damon Service, der ist jetzt nicht relevant für mich, den brauche ich eigentlich nicht. Den habe ich nur einmal irgendwann gebraucht. Der soll nicht dauerhaft laufen. Dann mache ich eben das hier aus und dann verschwindet auch hier die kleine Eins, die mir sagt, dass er aus ist. Ich kann ihn aber trotzdem natürlich starten. Zu den Quick-Alarms kommen wir auch noch irgendwann später. Wundert euch bitte nicht, dass das hier überall dabei ist. Aber es gibt durchaus auch solche Sachen. So, Verbindungen. Verbindungen, die aufgebaut sind beziehungsweise die Prozesse, die Verbindungen aufgebaut haben, findet ihr hier. Das heißt, ihr habt hier im Endeffekt alles, was irgendwie Netzwerk macht. Ja, unter Prozesse, das, was wir eigentlich erwarten würden, finden wir alle Prozesse, die hier aktuell aktiv sind. Und ihr könnt natürlich ja auch durchsuchen. Also es gibt mehrere verschiedene, naja, Seiten an Prozessen. Wir können hier aber auch filtern, wenn wir das haben wollen. Zum Beispiel alle Prozesse, die ich gestartet habe, und zwar von Morpheus, dann sehen wir hier tatsächlich meine V-Box Guest Editions sind von mir gestartet worden und so weiter und so fort. Und wir sehen auch auf der zweiten, dritten, auf der dritten Seite hier unten, sehen wir auch einen Ping-Prozess, den ich zum Beispiel gerade gestartet habe vor ein paar Minuten, der natürlich hier im Hintergrund läuft. Ich könnte jetzt hier auch hergehen, ach so, das seht ihr gar nicht richtig, ne? So, jetzt. Ich könnte hier natürlich auch hergehen und könnte den Kill-Button drücken, um den zu, ähm, abzuschießen. Da würde ich dann eine Bestätigung via E-Mail bekommen, müsste ein Zwei-Faktor-Code eintragen und dann erst wird der Prozess abgeschossen. Aber ich müsste mich nicht auf den Server einloggen, weil diese Engine-Side-App natürlich, oder eben das Engine-Side-Host-Paket, dann eben auch Zugriff hat auf eure Prozesse und da alles verwalten darf. Also diesen Prozess hier abschmieren lassen dürfte. Gut, weiter geht's mit der Konfigurations-Checkliste. Hier sehen wir einige Punkte, die wir noch beheben könnten und das sind im Endeffekt nur Empfehlungen direkt, das heißt hier quasi für die Sicherheitslücken etc. Wir finden hier jetzt natürlich keine Sicherheitslücken, deswegen gibt es die anderen angreifbaren Maschinen, die ich euch nachher noch zeige. Wir sehen auch System-Events, wenn welche vorkommen würden, allerdings muss ich das dann erst unter Einstellungen aktivieren, kann ich aber natürlich machen. System-Events sind dann auch zum Beispiel sowas wie Power-Mode-Changed, also sowas wie wurde heruntergefahren oder eben, ja, solche Dinge. Dann sehen wir hier Netzwerkanomalien. Netzwerkanomalien bedeutet, wenn eben zum Beispiel die Anzahl an Netzwerktraffic extrem stark nach oben steigt, dann geht man davon aus, dass es kein echter Netzwerktraffic ist, das heißt keine normalen Anfragen zum Beispiel an eure Webseite, sondern dass es bösartig ist und dass man das dann natürlich beheben möchte. Und das können wir hier überwachen. Dazu kommen wir noch ein bisschen detaillierter später. So, und jetzt kommen wir zu dem tollen Punkt Updates. Updates heißt, naja, wir haben hier einige Updates, die wir eigentlich durchführen wollen würden. Und zwar sehen wir hier auch die Dringlichkeit hoch. Ja, wir würden gerne Bind9DNS-Utils updaten, weil das veraltet ist und das sollte definitiv gepatcht werden. Wir sehen hier auch immer die Dringlichkeit der Updates und hier unten sehen wir dann die Medium-Updates. Es sind ein paar dabei, die jetzt nicht systemrelevant sind, aber trotzdem zumindest nicht uninteressant wären. Das heißt, was wir hier machen, wir gehen hier einfach auf Alle und klicken dann hier oben auf 25 Pakete aktualisieren. Das heißt, wir können hier tatsächlich auch ein Update über Enginesite durchführen. Also hier haben wir dann zum Beispiel die Update-Ausführen-Funktion und wir sehen hier, Update-Vorgang wurde erfolgreich ausgeführt und Sie finden den Update-Status unter dem Menüpunkt Jobs. Und das heißt, es läuft im Hintergrund jetzt von Enginesite ein Befehl an meine virtuelle Maschine, hier, dass bitte Patches durchgeführt werden sollen. Und wenn wir kurz warten, dann ist das auch komplett fertig. Das heißt, wir sehen hier, 10 Sekunden hat es gedauert. Das war nicht lange. Und ja, wir haben offensichtlich keinen Bedarf mehr nach Updates. Sehr, sehr schön. Wir sehen aber hier unten, jetzt muss ich nochmal hier hochscrollen, wir sehen hier unten auch immer alle Jobs, die quasi laufen und wir können uns hier auch die Logs runterladen. Das heißt, was im Endeffekt von der Command-Line ausgeführt wurde. Sehr angenehm. Also das kann man schon sehr gut automatisieren. Okay, Berichte lassen sich natürlich auch erstellen. Wir kennen die Reports mittlerweile von dem letzten Video und wir haben hier natürlich noch Einstellungen, die wir hier verarbeiten können, wenn wir das wollen. Da könnt ihr euch gerne mal durchwursten. Aber was noch interessant ist, ist zum Beispiel die Metriken. Das heißt, da wird erstmal ein Machine Learning Profil tatsächlich berechnet. Das heißt, das, was man erwarten würde, was eigentlich jetzt zum Beispiel gerade für normalerweise Netzwerk Traffic reinkommt. So und jetzt, warum wird hier noch das Profil berechnet? Wie lange kann denn das dauern? Nun, im Endeffekt, es wird 48 Stunden dauern. Warum braucht das Ding so lange? Naja, nehmen wir jetzt einfach mal die Netzwerk Anomalien. Okay, wir haben hier Netzwerk Traffic, also normale Websites haben und jetzt wechsle ich tatsächlich mal auf den anderen Host, der nicht von mir ist, sondern der eben hier schon drin ist, der Debian Host hier. Und wir sehen, hier hat es auch ordentlich viele Sicherheitslücken. Hier sehen wir ein Ziel. 9,8 ist wirklich verdammt hoch. Ei, ei, ei. Aber ja, wir sehen, dass man hier definitiv was tun sollte und das ist auch extra zum Anschauen gedacht. Aber wir sehen hier auch die Metriken bei Machine Learning und hier ist im Endeffekt genau das, was wir brauchen. Machine Learning braucht natürlich einige Daten. Das heißt, erstmal muss bekannt sein, wie viel Traffic ihr normalerweise bekommt. Also wie viele Leute normalerweise auf eure Website zugreifen. In zum Beispiel jetzt dieser Minute, also um zum Beispiel 15 Uhr ungefähr. Dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie viel haben wir denn normalerweise an genau diesem Wochentag und wie viel haben wir jetzt zu diesem Zeitpunkt? Und hier kommt das Machine Learning rein ins Spiel. Und zwar sehen wir hier, okay, hier oben sind wir deutlich höher, also gerade was die CPU-Auslastung angeht. Das geht natürlich nicht nur mit CPU-Auslastung, das geht mit allem Möglichen. Und wir sehen hier auch unten eine schöne Liste, die dann alles für uns veranschaulicht. Das heißt, wir haben hier zu viel CPU-Auslastung. Hier haben wir auch zu viel CPU-Auslastung. Hier unten haben wir zu wenig. Also normalerweise würden wir was anderes erwarten. Und ja, das lässt uns eigentlich darauf schließen, dass hier zumindest ein paar komische Anfragen gekommen sind. Und die kann man sich dann auch als Event triggern lassen, wenn man das möchte. Übrigens, bei Netzwerk-Anomalien sehen wir hier auch, was hier eigentlich alles dabei ist. Also wie echte Angriffe tatsächlich aussehen. Wir haben hier tatsächlich 4000 oder fast 4000 Angreifer. Wir haben über 4000 neue Netzwerk-Anomalien. Und ja, das ist tatsächlich ziemlich übel. Also wir sehen hier auch, wo tatsächlich die die bösen Angriffe herkommen. Also wo man quasi oder was die probieren. Sie probieren hier in dem Fall SSH zu Bruteforcen. Wo sie herkommen? Naja, aus Europa beziehungsweise aus Deutschland oder aus Republic of Moldova. Und ja, wir sehen hier relativ viele verschiedene Angriffe, zum Beispiel SSH Bruteforcing oder eben auch haben wir nur SSH Bruteforce. Wir haben hier gerade nur ein SSH Bruteforce. Aber ihr könnt ja natürlich auch durchgehen, wenn ihr das wollt und mal durchspickeln, was dann bei euch alles passiert ist. Und sowas möchte man natürlich eigentlich verhindern. Hier könnte man als Schnelllösung jetzt Fail to Ban oder sowas benutzen. Aber trotzdem muss man sich halt drum kümmern, wenn man sieht, oh, da passiert irgendwas. Wir müssen da was machen. Genau dazu sind, wie gesagt, diese wunderschönen Hosts da, die ihr euch dann hier in der Übersicht echt mal alle geben könnt. Wir sehen hier auch, hui, dieser Server hat einiges, was man da tun muss. Genau, so viel zum Thema Hosts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das funktioniert natürlich auch alles bei euch zu Hause und lokal. Ihr werdet hier natürlich dann viel, viel weniger Sachen benötigen, wenn ihr da nur euren normalen privaten Rechner drin habt. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Raspberry Pi zu Hause laufen habt, dann werdet ihr auch so Sachen wie Netzwerkanomalien oder eben Updates oder sowas haben wollen. Und gerade Updates ist, wenn man das Ganze zu Hause irgendwie mal verwalten möchte, doch ganz angenehm. Weil mittlerweile haben wir wirklich viele Geräte, die irgendwie zu Hause stehen und man muss irgendwie Updates verwalten. Und teilweise kann einem da was, naja, sagen wir mal so, teilweise kann es mal sein, dass was unter den Fingern durchschlüpft. Und ich verstehe das auch vollkommen, da die Übersicht zu behalten. Dafür gibt es eben IT Security Monitoring. Ich hoffe, es hat euch nochmal gefallen und ja, nächstes Mal schauen wir uns natürlich noch mehr an. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.